Servus liebe Soulslike-Freunde! Nach neun Jahren Wartezeit war es vor gut eineinhalb Wochen soweit und eine Fortsetzung bzw. ein Reboot zum 2014 erschienen Lords of the Foreign ist endlich erschienen. Die Messlatte für das von Hexworks Studios entwickelte Soulslike war in mehrerer Hinsicht hochgesteckt. Zum einen haben Remnant 2 und Lies of P im Genre der Hardcore-RPGs ordentlich für Furore gesorgt. Des Weiteren hat Hexworks und CI Games mit der Aussage, dass man sich im Soulsgenre Platz 2 hinter FromSoftware sichern will, selbst ein Stück weit unter Druck gesetzt. Und dann haben wir noch meine eigenen Erwartungen. Einige wissen vielleicht noch, dass Lords of the Fallen für mich der erste Kontakt zum pervers geilen Genre war, als ich 2015 zum ersten Mal zockte. Seitdem wartete ich voller Sehnsucht auf eine Fortsetzung und am 13. Oktober war es dann endlich soweit. Inzwischen habe ich mit vier verschiedenen Spielständen locker die 100-Stunden-Marke geknackt und trotz, dass ich Lords of the Foreign noch immer nicht beendet habe, ist es nun an der Zeit ein Fazit zu ziehen. Zu schauen, ob Hexworks und CI-Games die Erwartungen erfüllt, zu schauen, was das Game überhaupt so kann, worauf man achten sollte und natürlich, ob Lords of the Fallen mit dem großen Vorbild Dark Souls mithalten kann. Los geht's! Triskidekaphobie. Findet ihr diesen Begriff? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Bis zum 13. Oktober wussten das die Jungs und Mädels von Hexworks und CI-Games vermutlich ebenfalls nicht. Triskidekaphobie ist nämlich der Fachbegriff, der die Angst vor der Zahl 13 definiert. Und jeder wird es kennen, ob abergläubisch oder nicht, aber Freitag der 13. soll ja bekanntermaßen Pech bringen. Und genau jene Konstellation war es nämlich, als Lords of the Fallen released wurde. Und das war vor allem auf den Konsolen zu spüren. Hier hatte Lords of the Fallen ist grafisch inzwischen ein absoluter Genuss und auch die Performance läuft, zumindest bei mir auf der Xbox einige Stunden stabil. Und damit hätten wir im Prinzip auch die größten Probleme des Spiels genannt. Allerdings gibt es auch einige Schwächen, die mich persönlich etwas stören. Zum Beispiel das für mich größte Problem ist, das Anvisieren der Gegner. So werden manche Gegner zu spät oder gar nicht erkannt. Vor allem Gegner, die in Umbral spawnen, kann man nicht direkt anvisieren, nicht mal wenn sie direkt vor dir erscheinen. Zudem kommt es leider viel zu oft vor, dass man einen Gegner vor sich anvisieren will und stattdessen einen Gegner markiert wird, der gefühlt 200 Meter entfernt hinter einer Kiste sitzt. Das nervt etwas und kann vor allem bei Kämpfen gegen mehrere Gegner erst einmal ziemliche Unruhe reinbringen. Die nächste Schwäche, zumindest für mich, sind Gegnerhorten, die in Umbral zu extrem ungünstigen Zeitpunkten kommen. Denn genau wie in den From Software Titeln, ist das Storytelling in Lords of the Warne sehr kryptisch und muss Stück für Stück entdeckt werden. Neben den Dialogen mit den wirklich cool geschriebenen NPCs, haben wir hier immer wieder sogenannte Stigmatas. Diese sind quasi zurückgebliebene Erinnerungsstücke, welche wir uns in Umbral mittels unserer Laterne zu Gemüte führen können. Wie gesagt, das ist alles sehr kryptisch und wer es verstehen will, muss hier gut aufpassen, um dieses Story-Mosaik am Ende zu einem großen Ganzen zusammensetzen zu können. Doch gibt es da ein klitzekleines Problemchen. Nämlich spawnen, während man sich das Stigmata anschauen will, laufen Gegner, die uns in den Rücken fallen oder uns davon abhalten, das Stigmata anzuschauen. Zwar kann man sich die Erinnerung immer und immer wieder anschauen, trotzdem ist das irgendwie blöd gelöst, denn so wirklich Ruhe hat man in Umbral ja sowieso nie. Und Freunde, sehen wir von ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dem Inventar, den man nicht sortieren kann, ab, sollen das im Prinzip auch alle Schwächen gewesen sein. Und ja, das erstaunt mich selbst, denn der Punkt, der bei Soulslikes wohl am meisten Probleme macht, ist hier perfekt umgesetzt. Nämlich die Balance des Schwierigkeitsgrads. Zu keinem Zeitpunkt im Spiel hatte ich das Gefühl, dass ein Gegner völlig übertrieben leicht oder schwer ist. Kam dann mal in einem neuen Gebiet ein Gegner, der mit mir kurz einen Prozess gemacht hat, wusste ich direkt, okay, ich hab hier halt nichts zu suchen. Und hier kommen wir auch schon zum Leveldesign. Und Freunde, dieses ist absolut Weltklasse gemacht und braucht sich keinesfalls hinter dem Welten-Design eines Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro verstecken. Ganz im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, dass Hidetaka Miyazaki persönlich mit an der Erstellung von Morne's Dead gearbeitet hat. Ich hab keine Ahnung, wie oft mir bei Lords of the Fallen die Kinnlade runtergefallen ist, weil sich plötzlich wieder irgendwo ein Kreis geschlossen hat. So startete ich zum Beispiel in unserem Hub der Himmelsrastbrücke, kämpfte mich durch das wunderschöne düstere Moor sowie der brandgefährlichen Klippe entlang, besiegte den Miniboss blutroter Rektor und kam über den Fahrstuhl hinter der Boss-Arena, woraus? Na klar, an einer Tür bei der Himmelsrastbrücke, wegen welcher ich zuvor locker eine halbe Stunde überlegt habe, wie ich dort hinkomme. Diese Aha-Momente sind absolut genial und normalerweise kenne ich sowas in dieser Art und Weise auch sonst nur von den From-Software-Titeln. Aber nicht nur beim Level-Design hat sich Hexworks von Dark Souls inspirieren lassen. Denn überhaupt bekommt man irgendwann das Gefühl, dass man hier nicht Lords of the Fallen, sondern eher Dark Souls 4 zockt. Die Hinterhalte machen einen genauso paranoid wie in Dark Souls. Überall lauern Gegner, die einen in den Abgrund stoßen wollen. Hinter jeder Ecke könnte sich ein Typ befinden, der uns überraschen will. Manchmal sind sie da und manchmal eben nicht. Das Ende vom Lied ist, wir betreten keinen Raum, ohne uns vorher 200 Mal umgesehen zu haben. Diese Spannung, die uns jeden Meter verfolgt, ist einfach dieselbe, die man bei Dark Souls, Elden Ring oder Bloodborne durchleben durfte. Und überhaupt dachte ich nach Lies of Peel, dass es erst einmal kein weiteres Souls-Like geben wird, das dieses Souls-Feeling so perfekt erschaffen kann. Doch weit gefehlt. Für mich übertrifft Lords of the Fallen hier sogar nochmal Lies of Peel so weit, dass man, wie gesagt, tatsächlich das Gefühl hat, in Dark Souls zu sein. Das ist einfach der Hammer. Einzig bei einigen Gegnern hat man sich hier etwas zu sehr inspirieren lassen. Schaut man sich zum Beispiel den Bosskampf gegen Devla an. Ich will ja nicht spoilern, aber ruft euch mal Dark Souls 3 und den Kampf gegen Lothric und Lorien ins Gedächtnis. Oof! 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 Na, merkt ihr was? Abgekupfert ist schon nett ausgedrückt. Aber was soll's, eine nette Hommage ist es ja trotzdem. Und Freunde, ja, ich weiß, das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als wäre Lords of the Fallen eine gute Kopie von Dark Souls. Doch das ist es nicht. Ganz im Gegenteil, man macht zwar kein Hehl aus der Inspiration From Software, dennoch haben die Entwickler mit Lords of the Fallen etwas völlig Neues beschritten. Allen voran das Zwei-Welten-System mit Axiom und Umbral. Und das mag jetzt etwas paradox klingen, doch sind Axiom und Umbral zwar gleich, aber dennoch grundverschieden. Vor allem, was das Feeling angeht. So fühlt man sich in der farblich harmonischen und toll gestellten Welt von Axiom immer irgendwie sicher. Auch wenn's das natürlich nicht ist. Hier kann man sich alle Zeit der Welt lassen und man weiß, haben wir die Gegner erledigt, haben wir Ruhe. Und dann haben wir Umbral. Die gleiche Gegend, dieselbe Location und dennoch ein anderes, irgendwie zermürbendes Gefühl. Alles ist düster, grau und eklig. Jeder, der schon mal alleine nachts bei extremem Regen durch den Wald gelaufen ist, kennt dieses Gefühl. Alle fortlang spawnen Gegner vor dir, hinter dir und neben dir. Sie kommen aus dem Boden oder auch aus den Wänden. Hinzu kommt dieses Auge, das es schafft, die Stimmung gleich auf zwei Arten zu erschweren. Zum einen hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass man irgendwie beobachtet wird. Und zum anderen hat man in Umbral irgendwie einen gewissen Zeitdruck. Ich mein, Umbral ist schon deutlich gefährlicher als Axiom. Doch ist der weiße Balken einmal ums Auge gelaufen, gibt die Stimmung von gefährlich in Richtung tödlich. Denn nun erscheinen sogenannte Rebar. Sie ziehen dort, wo sie sich bewegen, eine rote tödliche Spur. Wir können uns nicht mehr heilen und haben sie uns im Visier, entziehen sie uns konstant die Gesundheit. Hinzu kommt, dass diese Mistkerle kaum zu killen sind. Ihr Lebensbalken wirkt unendlich und bekommen wir eins von ihnen in die Gusche, haben wir das Gefühl, uns hat einen Sattelschleber über den Haufen gefahren. Und genau wegen diesen Typen hat man auch dieses beschwerliche Gefühl in Umbral. Im Prinzip ist halt dort einfach alles gefährlich und tödlich und dann will man sich einfach so schnell wie möglich von dort verziehen. Doch Freunde, das hört sich jetzt blöd an, doch dieses Feeling ist einfach unglaublich. Und wer gut und gerne auf dieses Feeling verzichten kann, wird hier allerdings nicht weit kommen. Denn das Krasse ist, dass wenn man im Spiel vorankommen will, immer wieder nach Umbral wechseln muss. Und nur so lassen sich dann auch viele Passagen meistern. Doch Freunde, keine Angst. So können wir in den wirklich anspruchsvollen Kämpfen schnell zwischen Fernkampf, Zauberei oder Nahkampf wechseln. Um uns zu verteidigen, können wir parieren, ausweichen oder einfach mal blocken. Und das ganze funktioniert dank der Steuerung verdammt gut. Diese ist nämlich absolut präzise, fluffig und geht richtig gut von der Hand. Und auch die Kampfanimationen sind sehr schick, aber dennoch sehr flüssig, sodass am Ende alles sehr gut und vor allem sehr schnell abläuft. Und auch das Ausweichen funktioniert richtig, richtig gut. Die Ausweichbewegung ist hier übrigens in den Seitwärtsschritt für schnelles Daschen und in die Ausweichrolle für größere zu überbrückende Distanzen unterteilt. Das Tolle ist, das Ausweichen funktioniert genau wie das Parieren auf dem Punkt. Die Zeitfenster hierfür sind allesamt gut einzuschätzen und vor allem erlernbar. Und weil das Ganze eben alles so erstaunlich gut funktioniert, werden die Kämpfe zu einer richtig geilen Erfahrung. Und überhaupt ist das Spiel extrem Action-lastig, womöglich sogar das actionreichste Spiel des Jahres und vielleicht sogar der letzten Jahre. Das soll jetzt aber nicht nach Hack & Slash klingen. Nein, die Masse der Gegner ist überschaubar, dafür sind unsere Kontrahenten aber immer gut positioniert und in der Anzahl immer so, dass es trotzdem herausfordernd bleibt. Hacken und Schnetzeln ist in Lords of the Fallen ohnehin kein probates Mittel, um zu bestehen. Denn nur mit Köpfchen und vor allem mit Geduld kommt man hier voran. Denn wer nicht geduldig ist, lernt schnell die eiskalte und knallharte Fratze von Lords of the Fallen kennen. Knallhart und eiskalt sind aber auch die Bosse in Lords of the Fallen. Und hier ist es egal, ob ich von Minibossen oder großen Storybossen spreche. Viele Fehler kann man sich bei den richtig schick in Sehne gesetzten Brocken nicht erlauben. Doch die Bosse sind nicht nur hart, sondern zu meinem Erstaunen auch extrem fair. Bislang bin ich an keinen Boss geraten, bei dem ich einfach das Gefühl hatte es nicht packen zu können. Klar, mehrere Anläufe braucht man in der Regel immer, aber keine meiner Niederlagen war mit Frust verbunden. Ganz im Gegenteil sogar. Die Bosse bringen allesamt richtig coole und vor allem unterschiedliche Movesets mit, die aber allesamt gut zu erkennen und vor allem gut zu erlernen sind. Das macht Lust auf mehr und hält den Spielspaß weit oben. Und bekommt man von dem einen oder anderen Boss mal einen in die Gusche, spürt man gleich wieder, wie gut dieses Spiel ist. Heilen geht hier nämlich richtig schnell vonstatten und um sich überhaupt Luft zum Atmen zu verschaffen, kann man mit zwei bis drei Ausweichrollen sehr schnell und ziemlich sicher an Distanz gewinnen. Alles in allem sind die Bosse richtig gut, richtig hart, aber eben auch richtig fair, sodass der Spielspaß auf gar keinen Fall darunter leidet. In Sachen Bosse gebe ich Lords of the Fallen also satte 12 von 10 Punkten. Spieler, die bei Lords of the Fallen auf ein lineares Storytelling hoffen, werden anders als bei den Bossen hier ziemlich leiden müssen. Denn genau wie in den Titeln von From Software wird die Geschichte in Lords of the Fallen sehr kryptisch und nur häppchenweise übermittelt. Wer alles genauestens verstehen will, muss hier jede Menge Schriften, Itembeschreibungen und Dialoge zu sich führen. Diese müssen allerdings erst in der richtig gut verwinkelten Spielewelt entdeckt werden. Und wer nicht aufpasst, kann schnell was verpassen, auch unsere wichtigsten NPCs gehen zwischendurch einfach mal auf Wanderschaft. Wer sie dann unterwegs übersieht, verpasst schnell die ein oder andere Quest. Verpassen kann man aber auch den ein oder anderen Fortschritt, wenn man unsere NPCs nicht regelmäßig anspricht. So haben zum Beispiel manche der KI-Kollegen mit fortschreitenden Spielstand auch neue Dinge zu erzählen oder haben ein Geschenk für uns, welches uns entgeht, wenn wir sie eben nicht ansprechen. So kann man zum Beispiel unsere Schmiedin Gerlinde verpassen, wenn wir sie nicht aus der Zelle befreien oder können Bosswaffen nicht hergestellt werden, wenn wir Molu nicht die Schüssel der Offenbarung geben, welche wir ebenfalls schnell verpassen können. Ihr merkt schon, viele Quests sind sehr verstrickt und erfordern jede Menge Zeit, sind aber alles in allem richtig cool geschrieben, so dass man immer wissen will, wie es denn nun weitergeht. Unsere Schmiedin Gerlinde zu verpassen wäre übrigens richtig schlecht. Ansonsten verpassen wir nämlich auch das richtig gute Crafting System, welches Lords of the Thorn zu bieten hat. Neben unseren Nahkampfwaffen kann Gerlinde uns nicht nur unsere Fernkampfwaffen, Schilde und Katalysatoren verbessern, sondern auch noch Runen in unsere Waffen einsetzen. Dadurch können wir unsere Waffen und Schilde noch einmal zu extrem mächtigen Begleitern machen. Aber auch hier gilt wieder, dass das Versetzen mit Runen verpassbar ist. Finden wir nämlich keine Runentafel, so bleibt uns diese Mechanik ebenfalls verwehrt. Doch nicht nur durchs Crafting machen wir uns stärker, sondern vor allem durch Level-Ups und durch richtige Skillen. Durch das Töten von Gegnern erhalten wir Erfahrungspunkte, oder besser gesagt Kraft. Und auch hier haben wir wieder etwas Neues, nämlich bekommen wir diese nicht automatisch, sondern müssen sie aufsammeln. Töten wir zum Beispiel einen Gegner per Fernkampf, bleibt seine hinterlassene Kraft an dem Ort seines Todes liegen. Sammeln wir diese nicht auf, bekommen wir eben kein EP für den Kill. Haben wir dann aber genug Kraft gesammelt, können wir, genau wie bei Elden Ring, an unseren Checkpoints den sogenannten Überresten vergangener Lichtträger aufleveln. Unsere Punkte können wir dann in RPG-Manier in Stärke, Agilität, Gesundheit und so weiter verteilen. Das sollen wir natürlich nicht willkürlich tun, sondern sollten uns auch ein wenig nach unserer getragenen Ausrüstung richten. Denn Rüstung, Waffen, Schilde, Zauber und Co. finden wir zwar jede Menge, doch haben Waffen und Schilde natürlich auch Voraussetzungen, um optimal genutzt zu werden. Und auch Rüstungen sind unterschiedlich schwer, so dass man gegebenenfalls seine tragbare Last erhöhen muss. Aber den typischen RPG-Spieler muss ich das natürlich nicht erzählen. Ja Freunde, jetzt habe ich schon so viel zu Lords of the Fallen erzählt, aber dennoch nur an der Oberfläche gekratzt. Kommen wir also so langsam zu meinem Fazit und Freunde, das fällt absolut positiv aus. Lords of the Fallen ist nach anfänglichen Schwierigkeiten ein absoluter Genuss für jeden Soulslag-Fan. Lords of the Fallen ist richtig hart, sieht fantastisch aus und macht richtig Spaß. Die Atmosphäre ist durch die wunderschön designte Spielewelt, die Hintergrundmusik und die geniale Vertonung einfach nur Weltklasse und kann es hier locker mit dem großen From-Software aufnehmen. Das Kampfsystem ist vielseitig, schnell, dynamisch und durch die perfekte Steuerung fühlt es sich zudem noch richtig geil an. Und Freunde, nach Lies of P hätte ich mir nicht erträumt das sagen zu können, aber Lords of the Fallen ist für mich das beste Soulslag aller Zeiten. Lords of the Fallen bringt einfach alles mit, was man sich als Soulsliger wünscht. Und ich wünsche mir einfach mehr davon. Also Jungen und Mädels von Hexworks und CI Games, sobald ihr den Game of the Year Award abgeräumt habt, schenkt uns doch bitte ein DLC oder besser noch eine Fortsetzung zu diesem genialen Meisterwerk. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.